Servus Welt, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch das CSS-Framework Tailwind CSS zeigen. Dabei handelt es sich um ein Utility-First-Framework. Diese sind derzeit in aller Munde und Tailwind ist das populärste und fortschrittlichste davon. Welche Funktionen es mitbringt und welche Möglichkeiten sich damit für Entwickler ergeben, seht ihr gleich. Tailwind CSS verbindet die Vorteile von normalen CMS mit den Vorteilen eines CSS-Frameworks. Und normales CSS hat den Vorteil der absoluten Flexibilität, mit der sich auch sehr, sehr unterschiedliche Designs umsetzen lassen. Dafür muss man auch oft mit Unübersichtlichkeit und hohem Arbeitsaufwand kämpfen, da die CSS-Klassen abseits vom HTML-Code in der eigenen Datei definiert werden. Wir schauen uns das nochmal kurz an, wie das normalerweise gemacht wird. Also ganz grundsätzlich habe ich in meiner HTML-Datei entweder eine CSS-Datei verknüpft, also in dem Fall die Style-CSS-Datei und in der Datei sind meine CSS-Anweisungen. Oder aber ich habe oben in meinem HTML-Head einen Style-Bereich und definiert da die CSS-Klassen. Das hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass die HTML-Datei ewig groß wird und andererseits, dass ich auch nicht die gleichen Anweisungen in mehreren HTML-Dateien verwenden kann. Also so wie es hier gemacht ist, diese CSS-Datei kann ich ja in mehreren HTML-Dateien einbinden und habe damit natürlich immer die gleichen Styles in allen HTML-Dateien, die diese CSS-Datei eben verwenden. Und die Alternative wäre dann noch Inline-CSS, also dass man wirklich sagt, hier in dem Fall jetzt auch den Body, habe ich einen Style-Element, wo dann eben drin steht, das CSS für den Body. Grundsätzlich, eine CSS-Regel besteht immer aus einem Selektor, einer Eigenschaft und einem Wert oder eben mehreren Eigenschaften und Werten. Und so wie jetzt hier in dem Beispiel, also habe ich einen H1 und würde eben sagen, okay, der H1 soll die Schrift Artelvetica nehmen und die Font-Size 1,4em und die Farbe soll rot sein. Und dann würde der Browser das eben so anzeigen. Also das ist so die normale Idee. Okay, das Problem ist, wenn man das jetzt ein bisschen weiter spinnt und ich habe dann ein größeres Projekt, ich meine, hier ist das jetzt ja alles noch sehr übersichtlich, dann werden ja normalerweise Klassen vergeben. Also ich sage jetzt hier P Class Orange und in der Klasse Orange ist also hinterlegt, was da passieren soll. Dann muss ich also immer wissen, okay, was macht jetzt diese Klasse Orange eigentlich? Ich möchte mir vorstellen, ich habe da viele Anweisungen, dann wird es natürlich dementsprechend schwierig. Vielleicht schauen wir uns das hier nochmal an bei Talvin selber. Also wenn ich jetzt hier so ein Element gestalten möchte, dann habe ich halt normalerweise gesagt, okay, ich habe einen Diff, der hat die Klasse ChatNotification und da drin wiederum ist ein Diff, der hat die Klasse ChatNotificationLogoWrapper und da drin habe ich das Image, das hat dann die Klasse ChatNotificationLogo und dann habe ich also irgendwo meine CSS-Datei und in der steht also drin, okay, dieser Diff ChatNotification hat also Displayed Flex und eine maximale Weite von 24 RAM und eine Margin 0 und so weiter und so fort. Habe ich aber vergessen, was diese Klasse ChatNotification macht, muss ich also immer erst in die CSS-Datei wechseln, mir anschauen, was da definiert ist und dann sehe ich, okay, das, das, das und gerade in größeren Projekten, da kann die CSS-Datei natürlich mal schnell ein paar tausend Zeilen haben und da ist der Suchaufwand dann natürlich enorm. Jetzt gibt es Alternativen, zum Beispiel Bootstrap und mit Bootstrap bekommt man einen Webinterface, zwar schnell auf die Beine gestellt, aber im Bootstrap werden immer Komponenten geliefert und das heißt einerseits, dass alle Webseiten, die damit erstellen werden, sehr ähnlich ausschauen und dass man sich beim Individualisieren kämpft, man eigentlich immer so gegen das vorgegebene Design an. Also wenn wir uns das mal anschauen, bei den Beispielen zum Beispiel, wenn man hier mal reingeht, also ich habe dann immer solche, ja im Prinzip fertige Komponenten, wenn wir hier in der Dokumentation uns das mal anschauen, hier so eine Karte zum Beispiel, also da wird hier definiert, div class card, dann kriegt das Ding eben bestimmte CSS-Attribute, aber man weiß eigentlich an der Stelle erstmal gar nicht, welche das so ganz genau sind. Und wenn ich dann sage, okay, nee, ich will aber irgendwas anders haben, als das jetzt hier in dieser Klasse card definiert ist, dann kämpfe ich eigentlich immer dagegen erstmal an und versuche da irgendwas dagegen zu formatieren. oder hier bei dem Button sieht man es auch schön. Also ich habe hier eine Klasse Button und dann Button Primary und mit Button ist aber schon definiert, welchen Rahmen hat das Ding, welches Padding hat das Ding, welche Schriftart, Farbe, was auch immer und mit Primary wird dann eigentlich nur noch definiert, okay, ist das ein primärer Button, also so blau oder ist das ein sekundärer Button, dann hat er halt eine andere Farbe und dann ist er, glaube ich, grau oder so. So, aber im Prinzip ist da einfach sehr, sehr viel vorgegeben. Telvin CSS versucht also die Vorteile der Flexibilität und Individualität von normalen CSS mit der hohen Umsetzungsgeschwindigkeit und Einfachheit von CMS-Frameworks zu verbinden. Und dafür arbeitet Telvin CSS mit sogenannten Utility-Klassen und da ist es eben so, dass eine solche Klasse zwar auch teilweise, also oftmals wirklich nur eine CSS-Anweisung beinhaltet, aber wenn es mehrere sind, dann eben in der sinnvollen Kombination. Und wir können uns das hier jetzt mal anschauen, also das war ja das Beispiel, so wie es herkömmlich gemacht wird und jetzt hier die Alternative mit Telvin CSS. Also hier sehe ich einfach, okay, ich habe hier einen Diff, der hat einen Padding von 6, eine maximale weite SM, er wird, Margin ist auf Auto, der Hintergrund ist weiß, die Kanten sind abgerundet in der Stärke XL, ich habe einen Schatten, ich habe der Inhalt wird als als wenn es ein Flex oder es ist eine Flexbox so und ich habe eben dann die Inhalte sind zentriert und ich habe zwischen den einzelnen Items einen Abstand von 4. Genau und so geht es dann eben weiter und ich weiß eigentlich immer genau, okay, was macht diese CSS-Klasse? Ich meine, gut, der Nachteil ist natürlich, ich habe statt einfach nur Card, habe ich halt hier eine Sammlung an Anweisungen, aber ich sehe direkt im HTML-Code, okay, was macht denn das? So, und wenn ich jetzt eben zum Beispiel einen Div-Container habe, der abgerundete Ecken haben soll, dann gebe ich dem einfach hier die Klasse Rounded und dann halt mit Large oder XL oder wie auch immer, wie stark es abgerundet sein soll und ich weiß also genau, was diese Klasse macht. Also man kann mit das Tailwind Markup, kann man lesen, man muss halt ein bisschen lernen, was die Abkürzungen bedeuten, aber die sind, es ist eigentlich offensichtlich, also BG-weit, dass das einen weißen Hintergrund macht, okay, kann man glaube ich da rauslesen. Ja, während eben, wenn das so gemacht ist wie hier, was jetzt diese Klasse Check Notification beinhaltet, weiß ich halt erst, wenn ich nachgeschaut habe, was da drin ist, aber ich kann es nicht nicht lesen in dem Sinn. Tailwind DSS hat eine schöne Webseite, da wird das auch nochmal ein bisschen dargestellt, wie das Ganze funktioniert. Würde ich euch sehr empfehlen und jetzt mal zum Beispiel bei der Weide, da habe ich hier halt immer vordefinierte Größen, also ich habe hier eine Weide von 48, von 52, 56, so oder bei Farben zum Beispiel habe ich ganz, ganz viele vordefinierte Farben, die ich als Sets, die zusammenpassen, die ich in meinen Projekten verwenden kann. Schriften kann ich ganz einfach entweder die verwenden, die dabei sind oder kann eigene einbinden, das Ganze zum Beispiel auch mit Schatten, kann ich hier sagen, also Shadow SM für Small nur ganz wenig, bis hier Shadow 2XL ganz viel, gibt es hier vordefinierte Werte, die man halt sehr schnell und einfach verwenden kann. Und wenn man sich dann ein bisschen zurückerinnert an Bootstrap, diese Komponenten, die sind halt immer erst mal sehr, 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 oder eigentlich immer genau gleich, ja, und man muss halt dann die Individualität da selber irgendwie reinbringen. Bei Tailwind CSS ist es genau umgekehrt, es wird eigentlich gar nichts vorgegeben und ich kann also selber ja, mit das zusammenbauen, wie ich es möchte. Will ich hier das Ganze sehr simpel oder will ich es ein bisschen verspielt oder will ich es brutales Design, also in dem Fall hier so ein bisschen Retro angehaucht. Genau, kann man damit alles machen und ist da sehr, ähm, ja, sehr individuell unterwegs, ne, man sieht ja hier hier drüben, man ändert da ein bisschen, äh, ein bisschen Code und das sieht sofort ganz anders aus. Ähm, zur Performance ist noch zu sagen, also bei, bei Tailwind CSS ist es so, dass also wirklich nur die CSS Klassen, die ich verwende, Entschuldigung, nur die sind dann am Ende auch in meiner CSS Datei enthalten. Also ich habe nicht eine CSS Datei mit, äh, 100.000 CSS Anweisungen, die alle überhaupt nicht verwendet werden, sondern es wird wirklich geschaut, okay, in meiner, in meinem Projekt welche, ähm, CSS Klassen verwende ich und genau die sind dann auch in der CSS Datei enthalten und nicht mehr. Was eben die, die Performance, ähm, ja, natürlich sehr, sehr positiv beeinflusst, die kleiner, die CSS Datei, so schneller lädt sie, ist ja eigentlich ganz klar. Ähm, das Ganze ist natürlich auch, ähm, ähm, also es gibt sogenannte, ähm, ja, sogenannte, ähm, ähm, Modifikatoren, wo man, wo man hier sagt, okay, ähm, also wenn, ähm, das Ganze geht von klein nach groß, so, ne, also es wird immer das, das kleinste, ähm, definiert, und man sieht schon hier, ähm, er nimmt halt hier ein Padding auf der Y-Achse von 6 und auf der X-Achse von 4 und wenn das Ganze größer wird und den, äh, Small Breakpoint erreicht, also der ist hier, dann habe ich auf einmal ein Padding von 6 rundherum, also auf X und Y und die zwei fliegen raus. Oder wenn das Ganze den Medium Breakpoint erreicht, der ist hier, dann habe ich also ein Padding auf der Y-Achse von 10 und auf der X-Achse wieder nur von 8 ähm, dann gibt es noch die, ähm, ja, den, den Status, also ist was, äh, gehovert oder im, im Fokus und dann gibt es hier also verschiedene, ähm, Varianten, wie man das machen kann, also im Prinzip ist da der, ähm, das Stichwort im Hover Doppelpunkt und Hale-Wind weiß also, okay, die CSS-Klasse dahinter, die wird also nur, ähm, berücksichtigt, wenn, ähm, ja, wenn das Element, äh, gehovert wird und dann gibt es noch, äh, Group Hover, also wo man zum Beispiel, ähm, verschiedene Elemente verbinden kann, wenn eins davon, äh, gehovert wird, dann, dann alle und, ähm, man kann Tailwind CSS, also in den verschiedensten, äh, Frameworks verwenden, egal ob das also React ist, ob das View ist, ob das Angular ist, Blade, ähm, völlig wurscht, gibt's, äh, für alles, äh, Anleitungen, wie man es installiert und einrichtet, ähm, ja, ich hab zum Beispiel auch einen Dark Mode, da hat man hier Dark als, als Schlüsselwort und immer die CSS-Klasse dahinter wird also nur, ähm, ja, nur berücksichtigt, wenn das dunkle Theme ausgewählt ist. Genau, soviel mal dazu. Wir haben hier noch die Dokumentation, die Dokumentation von, von Tailwind ist, äh, wirklich toll, also wir finden sie wahnsinnig übersichtlich und, ähm, ja, alles sehr detailliert beschrieben. Ähm, es gibt auch hier tatsächlich, äh, unter TailwindUI.com gibt's Beispiele für Komponenten. Die kann man benutzen, muss man nicht, ähm, aber dass man einfach jetzt gerade als, als, als Einsteiger mit Tailwind ein paar, ähm, ja, ein paar Vorschläge hat, wie, wie, wie sowas ausschauen kann. Also zum Beispiel jetzt hier so eine, so eine Feature-Section gibt's hier verschiedene, verschiedene Vorschläge und das kann man halt dann als, ähm, ja, als, als, ähm, als Einstieg benutzen, äh, wenn man halt ein bisschen schneller vorankommt und sich das, äh, anschauen, wie, wie, wie Tailwind selber vorschlägt, ähm, dass man bestimmte Dinge umsetzen soll und dann kann man das für sich eben adaptieren und, und, ähm, äh, und, und umsetzen und es gibt auch ein paar komplette Templates, ähm, ja, die man, die man entweder so verwenden kann, wie sie sind oder wo man sich halt Anregungen holen kann, wie bestimmte Dinge umgesetzt werden, ähm, sind wirklich schöne Sachen dabei und wer es einfach mal ausprobieren will, es gibt hier unser play.tailwindcss.com gibt es so einen, so einen Spielplatz, dann kann man einfach mal sich, ähm, ja, selber mit, an, an, an dem Beispiel probieren, also, ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach mal so einen, ähm, solche Karten, wie man sie zum Beispiel in einem, in einem Blog verwenden würde für, für einzelne Artikel oder so, ne, also, hier, wird wirklich, ich habe hier eine Klasse, Flex, dann wird das Ganze auf Display Flex gesetzt, das gibt eine, äh, eine minimale Höhe, es gibt, ähm, die, ähm, ja, die einzelnen, äh, Elemente werden, werden zentriert, und, also, in der, in der X-Achse, in der Y-Achse, es wird, ich habe ein Padding, das sich verändert, je nachdem, wie, ähm, wie breit, die Seite ist, ich habe, ähm, jetzt in dem Fall, hier den Grid, ja, wo ich hier einfach mit, mit der Klasse Grid, wird das, äh, das, Display Grid gesetzt, ich kann sagen, äh, wie viele, wie viele Spalten, mit welchem Abstand, und zum Beispiel hier mit, mit, ähm, dem, dem, dem SM-Doppelpunkt, wird also festgelegt, okay, wenn der Breakpoint Small erreicht wird, dann habe ich zwei, äh, Spalten in meinem Grid, und, äh, ab dem Medium Breakpoint, habe ich drei Spalten in meinem Grid, und, ja, das kann ich hier einfach, äh, äh, als CSS-Klasse setzen, und siehe da, ich habe also, ganz schmal, ein, äh, eine Spalte, und, dann zwei, und dann drei, ne, ähm, oder auch hier, äh, einen Button, relativ einfach gemacht, äh, ich habe schon gesagt, die, die Kanten abrunden, den Hintergrund, einen, äh, Abstand, eine Schriftfarbe, einen Schatten, was eben beim, beim Havern passieren soll, und, schon habe ich relativ einfach, einen, Button erzeugt, aber eben, einen, einen Button, den ich komplett beeinflussen kann, ne, also ich habe jetzt hier nicht, äh, Klasse Button, und weiß eigentlich gar nicht, was die Klasse Button so ganz genau macht, und wenn ich, äh, was anders haben will, muss ich gegen irgendwelche bestehenden CSS-Anweisungen, dann da ankämpfen, sondern ich habe das hier wirklich alles, ähm, individuell, ähm, und, das, äh, eben so, individualisieren, wie, ich das möchte. Ja, zum Fazit, Telvin CSS ist das derzeit am schnellsten wachsende, und, und vielversprechendste, CSS-Framework, unterscheidet sich von, von anderen Frameworks, wie jetzt zum Beispiel Bootstrap, durch hohe Flexibilität und hohe Individualität, mit den, ähm, Utility-Klassen, kann ich, äh, äh, Entschuldigung, direkt im HTML-Code lesen, was die CSS-Anweisungen machen, und das finde ich, ist tatsächlich eine sehr, äh, ja, sehr praktische Geschichte. Wenn ihr fragt, zu Telvin CSS ab, schreibt sie mir in die Kommentare, auch wenn ihr Wünsche oder Ideen für Videos habt, ab in die Kommentare damit, wir werden im nächsten Video, ähm, uns anschauen, wie man, äh, Telvin CSS installiert, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, und mir ein Like da lasst, wenn ihr dazu noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch informiert, wenn neue Videos erscheinen, für heute danke ich fürs Zuschauen, und wir sehen uns im nächsten Video, wir Deich!